so hallo und herzlich willkommen heute wieder ein neues video des cap und tag und so habe ich ja bei dem anderen youtube video diese mp5 gesehen und da habe ich gedacht scheiße die muss ich nachbauen vielleicht kennt wer noch aus battlefield 3 zeiten da gab es auch immer so wenn du die taschenlampe drauf hattest dann warst du die sonne quasi weil du wenn du die ins gesicht bekommen hast hast du nur noch nur noch licht gesehen und die idee war einfach zu geil auf mp5 und damit gehen wir mal die factory und guck mal was so geht was ein laser krass ich sehe nichts was hättest du ich habe ich habe Scheiße, komm her, komm hier rein. Ich seh ihn halt nicht mal. Hier, da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Du siehst die Gegner nicht mal. Shit, 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 shit. Okay, duck deck. 13. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Der Mosin-Guy, der jetzt gefährlich werden kann. Kommt her, ist ein bisschen verwirrend, wenn die Gegner mich nicht sehen, aber ich seh sie halt auch nicht. Das ist ausbauffähig auf jeden Fall. Ja, das muss ich sehen. Letzter! Ja, das muss ich sehen. Oh, mehr Lichter und Bitcoin. Ja, ich seh, die Gegner hat auch nicht... Hallo? Das ist ausbaufähig. Ist der unter mir? Wird eine gebreached. Ich wollte mich gar nicht halten. Was? Oh Gott, ich wollte mich nicht halten. Shit, was war denn das für ein Müll? Was war das für ein Klickermann? Okay, auf jeden Fall. Schreib dir in die Kommentare, was du von der MP5 verhalten hast. Das ist richtig witzig. Aber krass, dass du auch so die Gegner gar nicht siehst. Dass du die Gegner gar nicht siehst. Warte mal, komm mal, der hat gerade eine geaddelt. Den würde ich mal kurz, ob der was schreibt. Warte, scheiße, ich hätte gucken sollen, war das einer von denen, wo ich getötet habe. Warte, 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 warte. Wir können ja gucken, ich habe, glaube ich, fast alle Doctags eingesammelt. Außer es war einer von den Scavs. Sehr viel wollen wir aus. Ja, Mann, okay, warte. Nachricht. Wo sehe ich das jetzt, wer mir da geschrieben hat? Ich dachte, er hat mich geaddelt. Das schauen wir jetzt mal kurz. Ja, akzeptieren. Was kommt von dem jetzt? Mal sehen, ob ich beleidigt werde. Kann der mir jetzt schreiben? Chat starten. What's up? Okay, also hat er nichts mehr geschrieben. Schade, schade, schade. Wo ist er? Hier. Stimmschatten aus. Gebt ihr vielfach gerne einen Daumen hoch. Lasst auch gerne ein Abo-Nummer da. Schaut auf meinem Livestream vorbei. Twitch.tv-Hangemaulive. Schreibt in die Kommentare, was ihr so manchmal moddet. Oder wie auch immer. Und dann sage ich vielen Dank für's Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Asonnt. questioniere. schreibt in die Kommentare, sie reinfarben. 않ывайтесь. Da ist leider nicht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.